Moin Moin ihr Lieben! Heute ist der 14.01.2017 und das bedeutet, dass heute das Original-Drehbuch zum Film Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind erscheint, aus der Feder von J.K. Rowling Herself. Und ich habe mir das Buch natürlich auch sofort unter den Nagel gerissen. Hier ist dieses wunderschöne Stück. Ich habe es auch bereits schon gelesen und kann euch deswegen jetzt die Rezensionen abdrehen und auch hochladen. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ist im Karsen Verlag erschienen, kostet 19,99 Euro und hat 300 Seiten. Das Ganze spielt wieder im Potter-Universum, allerdings 60 Jahre bevor Harry Potter ins Spiel kommt. Und zwar ist hier unser Protagonist Newt Scamander ein Magizoologe, der Fantastische Tierwesen erforscht und sie sammelt in seinem magischen Koffer, in den er auch hinabsteigen kann. Dort sind auch diese wunderschönen Gehege für seine Tierwesen und auch sein Forschungslabor. Außerdem hat er vor, ein Buch zu schreiben über Fantastische Tierwesen, um die Magiewelt, um die Zaubererwelt darüber aufzuklären, dass Tierwesen nicht einfach nur immer gefährlich oder Plagegeister sein können, sondern es auch Freunde und auch sehr, sehr nützlich sein können. Ja, er liebt seine Tierwesen und das merkt man ungemein. Er ist auch Engländer, war damit auch auf der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, allerdings verschlägt seine Forschung ihn nun nach New York. Dort passiert ihm allerdings ein Missgeschick, denn es entkommen einer oder mehrere seiner fantastischen Tierwesen aus dem Koffer und die verbreiten sehr, sehr viel Chaos in der Stadt. Das ist dem Marcuse natürlich überhaupt nicht recht. Das Marcuse ist sozusagen das Zaubereiministerium in New York und sie versuchen natürlich die Zaubererwelt vor den Nomads bzw. Muggeln zu verstecken. Und deswegen versuchen sie die Tierwesen wieder einzufangen oder jagen auch Newt Scamander, weil sie auch glauben, dass er an anderen Unfällen in New York schuld ist bzw. seine Tierwesen. Diese fallen allerdings viel gefährlicher und viel größer aus, dass irgendwann klar ist, dass es seine Tierwesen nicht sein können, sondern dass auch ein anderes monströses, düsteres Wesen in New York sein Unwesen treibt. Während seines Abenteuers begegnet Newt unter anderem auch Jacob, einen Nomads, der einen ähnlichen Koffer wie Newt hat und deswegen gibt es dort ein paar Verwechslungen. Die beiden freunden sich an. Außerdem treffen wir hier auf Tina und Queenie, zwei Schwestern, die ebenfalls im Marcuse arbeiten und die auf Newt und Jacob treffen. Das Ganze ist sehr, sehr actionreich und sehr magiegeladen. Mich konnte das ganze Buch wieder total verzaubern. Ich konnte mich super in dieses Buch hineinversetzen. Mir lief sozusagen der gleiche Film im Kopf ab, der auch im Kino lief, als ich ihn dann gesehen habe. Wirklich ganz, ganz toll. Wo wir schon zu meiner Meinung zu diesem Buch kommen. Wie ihr vielleicht merkt, ist das Ganze sehr positiv ausgefallen. Ich habe viele Negativstimmen zu diesem Buch gehört, beziehungsweise im Vorhinein, dass das Buch überhaupt erscheint. Warum lässt man nicht einfach den Film für sich stehen? Das ist doch alles nur Geldmacherei, dass dieses Buch jetzt hier wieder erscheint. Ich wollte mit meinem Urteil erstmal warten, bis ich dieses Buch gelesen habe, weil dass ich es lesen wollte, das war mir von vornherein klar. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich es gelesen habe. Natürlich hätte ich es auch lieber gehabt, dass wir hier einen Roman zu dem Film haben und nicht das Drehbuch. Aber nachdem ich meine Enttäuschung überwunden hatte und mir gesagt habe, es ist jetzt nun mal ein Drehbuch, kannst es nicht ändern, genieße es so, wie es ist, konnte ich es wirklich sehr, sehr genießen. Was ich schon im Film etwas schade finde, ist, dass die Story erst dann einsetzt, als Newt schon seine ganzen Tierwesen erforscht hat. Ich wäre gerne mit ihm auf Forschungstour gegangen durch die ganzen verschiedenen Ländern und hätte diese Tierwesen in ihrer echten Umgebung gesehen und mit ihm zusammen entdeckt. Aber so ist es halt jetzt erst später begonnen und die Geschichte selbst hat mir auch sehr gut gefallen. Was man positiv nennen sollte, ist, dass es im Gegensatz zu dem Theaterscript viel mehr Beschreibung hat, was ich wirklich auch erhofft habe. Denn es ist ja auch logisch, auf dem Theater, auf der Bühne kann man viel weniger anstellen, als im Film möglich ist. Natürlich kann man hier die ganzen Settings beschreiben und was auf der Bühne einfach nur das Bühnenbild ist, ist hier viel, viel mehr Möglichkeit. Natürlich haben wir hier auch einige Kameraeinstellungen, die hier beschrieben werden, aber die lassen sich irgendwann sehr gut ausblenden, sodass man wirklich nur die Geschichte aufnimmt. Das war mir auch sehr, sehr wichtig. Also die ganzen Kameraeinstellungen, das fand ich gar nicht so interessant. Es gibt hier hinten drin ein kleines Register, eine kleine Auflistung all der Kameraeinstellungen, die halt so Kürzel haben, damit man weiß, was das alles bedeutet. Was auch interessant war, aber während des Lesens der Geschichte wollte ich mich da gar nicht drauf einlassen, wollte ich gar nicht, dass Kameras im Mittelpunkt sind, weil dann weiß man ja, dass diese Geschichte nur gefilmt wird und ich will sie ja wahr und in echt irgendwie miterleben, wenn ihr wisst, was ich meine. Die haben hier also nicht nur die Dialoge wie in dem Theaterskript, sondern wirklich auch die Beschreibung der Umgebung und die Beschreibung der Personen und auch manchmal ihre Gedanken. Das ist natürlich sehr, sehr selten. Das hat natürlich ein bisschen gefehlt. Trotzdem konnte man sich hier viel besser reinversetzen. Manche mögen sich vielleicht fragen, wenn sowieso der Film in deinem Kopf abgelaufen ist, warum guckst du dir nicht einfach nochmal den Film an? Wozu brauchst du denn jetzt dieses Buch? Sie haben natürlich recht, im Grunde ist einfach nochmal der Film abgelaufen, aber hier sind viel mehr Details aufgefallen, die im Film rausgefallen sind, weil man vielleicht auf was ganz anderes geachtet hat. Hier kann man nochmal nachlesen und wie gesagt, manches ist einem überhaupt nicht aufgefallen im Film und hier konnte man diese Details viel mehr genießen, weil es einfach schwarz auf weiß hier steht. Außerdem habe ich immer das Gefühl, wenn ich etwas lese, dass ich den Personen etwas näher bin als im Film. Was ich auch noch nie so erlebt habe, ist, dass Buch und Film ja total deckungsgleich sind. Das heißt, man hat überhaupt keine Aufreger oder keine Reibungsfläche, wo man sich drüber ärgern kann, dass hier entweder was rausgelassen wurde, was zugedichtet wurde oder einfach was ganz anders gemacht wurde. Weil es einfach das Originaldrehbuch zum Film ist, ist es einfach total gleich. Und das war irgendwie auch mal eine neue, tolle Erfahrung. Neben dem Kritikpunkt, dass ich es einfach schade finde, dass das Ganze nicht als Roman verfasst wurde, aber gut, darüber bin ich ja jetzt hinweg, fand ich es schade, dass das Schriftbild nicht so wie im Theaterskript war, sondern ein bisschen anders. Besonders bei den Dialogen ist mir das aufgefallen. Hier steht ja immer, bevor jemand etwas sagt, der Name in Großbuchstaben und im Theaterskript ist das so oder bei Dramen allgemein ist es so, dass die Namen links an der Seite stehen und irgendwann kann man die einfach so ausblenden oder einfach nur im peripheren Blick haben, dass man weiß, wer was sagt, aber nicht mehr mitliest. Und hier waren die Namen mittig, mittendrin und darunter stand dann das, was der oder diejenige gesagt hat. Und das fand ich doch etwas störend, weil man die Namen dann immer mitlesen musste, weil sie so mittig standen. Irgendwann ist mir das leicht gefallen, das vielleicht ein bisschen auszublenden, aber ja, das fand ich ein bisschen schade. Und nun möchte ich etwas zum Cover und zur Aufmachung allgemein sagen, weil ich das einfach so gelungen finde. Erstmal das Cover finde ich wunderschön. Diese goldene Schrift, denn hier diese Verschnörkelungen, wo wir in den Schnörkeln verschiedene Tierwesen vorfinden, dann diese ganz kleinen Sternchen, die überall hier sind und funkeln. Das Einzige, was ich an diesem wunderschönen Cover bemängeln kann, ist, dass diese Schnörkel nicht dieselbe Farbe haben wie die Schrift hier. Das dachte ich nämlich erst, als ich das Cover als Bild gesehen habe. Als ich es dann gesehen habe, war ich ein bisschen enttäuscht, dass das nicht hier auch irgendwie glänzt und funkelt. Ich finde nämlich, irgendwie passen diese beiden Farben nicht so gut zueinander. Dieses Gold und dieses komische Braun oder was es auch immer sein soll. Aber trotzdem finde ich es wirklich sehr, sehr schön. Das geht auch hier an dem Rücken weiter, beziehungsweise bei der Schrift. Ich finde ja, Buchrücken sind sehr, sehr wichtig, weil das diejenigen sind, die man denn im Bücherregal sieht. Finde ich wirklich sehr hübsch. Und hier hinten ist nochmal der Donnervogel drauf. Jedenfalls denke ich, dass es der sein soll. Und ich möchte euch auch nochmal zeigen, wie wunderschön das Ganze aussieht, wenn der Umschlag ab ist. Und zwar haben wir hier vorne drauf den Niffler, den ich ja von den Tierwesen sowieso mit am besten fand im Film, beziehungsweise in der Geschichte. Auch nochmal schön goldgeprägt. Auch hier sieht das sehr, sehr schön aus. Und auch, hier hört es nicht beim Äußeren auf, sondern auch das Innere finde ich wunderschön gestaltet. Wir haben hier zum Beispiel unten bei den Seitenzahlen Verschnörkelungen. Denn hier oben auch nochmal, wo der Titel steht. Und was ich am allerschönsten fand, wir haben hier zwischen den verschiedenen Szenen auch nochmal so Fußabdrücke von verschiedenen Tierwesen. Ob das nur Hufe oder Krallen sind oder Pfoten. Aber das aller, aller schönste waren die Illustrationen der Tierwesen. Auf die habe ich mich immer so gefreut, weil die passen einfach so sehr zu dem ganzen Design. Hier zum Beispiel. Und eines möchte ich euch noch zeigen. Hier, diesen Löwen zum Beispiel. Ja, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Es war einfach ein Augenschmaus, hier durchzublättern. Manche würden vielleicht sagen, dass es fast schon zu viel Geschnörke und zu viel Gemuster ist, dass einen das ablenkt vom Inhalt. Aber ich habe mich immer wieder auf diese Illustrationen gefreut, die ja den Inhalt einfach nur bereichert haben. Insgesamt wirklich ein tolles Leseerlebnis. Mir sind die Figuren wieder ins Herz gewachsen, genauso wie die Tierwesen. Und ich freue mich ungemein auf die Fortsetzung und werde mir natürlich filmen und wenn auch das Buch wieder rauskommt, auch das Buch wieder zu Gemüte führen. Ja, das war es von meiner Rezension zum Buch. Ich habe auch zum Kinofilm ein Video gedreht. Wenn euch das interessiert, schaltet da gerne mal rein. Ich werde euch das Ganze in der Infobox verlinken. Natürlich ist die ganze Story dieselbe, aber vielleicht interessiert euch das ja trotzdem. Mich würde interessieren, wie euch das Drehbuch gefallen hat. Ob ihr findet, dass es einfach nur Geldmacherei ist oder ob ihr genauso wie ich dieses Erlebnis irgendwie schön fandet, nochmal in diese Geschichte hineinzutauchen und viel mehr Details zu entdecken oder ob euch das Ganze überhaupt nicht gefallen hat. Ich finde ja gut, dass das Ganze J.K. Rowling geschrieben hat und deswegen habe ich auch viel mehr das Gefühl, dass das einfach passt. Als beim Theaterstück hatte man immer wieder im Kopf, das ist nicht wirklich von J.K. Rowling und eigentlich gar nicht wahr. Auch wenn ich das Theaterstück selbst überhaupt nicht so sehr verteufle, wie viele es tun. Ich habe dabei auch Spaß empfunden und Nostalgie und bin gerne wieder in diese Welt eingetaucht. Wenn euch die Rezension auch interessiert, dazu habe ich ebenfalls ein Video gedreht, was ich euch ebenfalls in die Infobox verlinke. So, jetzt ist aber Schluss mit Werbung und Verlinken. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!